Und wieso hältst du n Burger hinter deinem Rücken? Ich, 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 tja, ich, ich, nein, äh, das war das. Und wieso bist du so schrecklich nervös? Und wieso schwitzt du so stark? Und wieso siehst du so hungrig aus? Und... Nein, nein, es ist nicht so, wie du denkst. Das ist alles ein Missverständnis. Das musst du mir glauben. Jetzt hör mir mal gut zu. Du musst mir glauben, SpongeBob. Du stehst auf Krabbenburger, alter Schwertfisch, oder? Ja, ja, ha, ha!